Platz Nr. 2 und Platz Nr. 1. Wir schnacken gar nicht lange, denn es regnet. Ich zeige euch mal, was hier gerade abgeht. Es fängt gerade an zu regnen und hier haben wir die Finalisten. Alle dabei. Maja, du bist auch dabei. Meine Süße, es regnet gerade, wa? Scheiße, ja, da heben wir rein. Wir fangen einfach mal von links an, links nach rechts, okay? Das allerechte, gut substituierte Wish-Messer. Dann haben wir hier das Mora Bushcraft. Natürlich sind bei der Verlosung, wenn ich nachher die Messer alle raushaue, sind natürlich auch die ganzen Scheiden mit bei. Hat das Scheide gesagt, ich weiß. Hier haben wir das Apo S1 von Survival Lily. Hier haben wir den Breacher. I think it's a Breacher. It's a Breacher von Schmiedeglut. Hier haben wir das SE4. SE6. Das Tatao, nein, das Samurai-Schwert. Wieder ein SE. Das Kampfmesser 2000 mit fehlender Spitze. Das ist super, naja. Sieht man von vorne gar nicht. Sieht man gar nicht, nee. Das ist aber das... Kann um die Ecke schneiden. Das war das K-Bar. Und am Ende haben wir den Zerstörer. So. Meine lieben Freunde. Weil der liebe Madi natürlich nichts mit 14.000 Messern anfangen kann, sondern eigentlich brauche ich bloß eins. Und deshalb werde ich den Gewinner quasi, wenn ich ihn verkürt haben sollte, auch noch stark überlegen, ob ich das dann mitnehme nach... Nach zu? Nach zu von Seven was right. Genau, so sieht's aus. Also kommen wir mal kurz zum groben Fazit. Also erstens, alle Messer, die hier stehen, haben so ihr Für und Wider. Aber, ich bin ganz ehrlich, es gibt natürlich auch ein paar, wo ich sage, alter krass, würde ich mir sofort kaufen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Schmiedeglutmesser. Die sind einfach geisteskrank. Also dieser Zerstörer und auch der Breacher sind natürlich von der Sache her einfach geisteskrank gute Messer. Aber im Finale kann natürlich nur einer den ersten Platz abräumen. Ja. Wollen wir ein Ranking machen? Wir machen ein Ranking. Vom so ganz scheiße bis zu richtig gut? Okay, pass auf. Richtig kacke. Weil es einfach auch richtig kacke abgeschnitten hat. Das war aber auch zu erwarten irgendwo, oder? Naja, was... Kannst du bitte nochmal den Stift zeigen in drinnen? Ist das wohl Schmesser? Ich glaube, es kam 20 Euro oder sowas. Hinter der Stift hat es abgebrochen, ne? Ja, der ist mit in der Verpackung. Also ich schicke auch den mit. Ja. Das war natürlich eine absolute Nullnummer. Auf Platz, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wissmesser. Also, auf Platz zehn. Also elf, klar. Wissmesser, haben wir gesagt. Absoluter Schmutz. Braucht man gar nicht drüber reden, was beim Beton einfach abgebrochen ist. Mit diesem super Polyethylen-Plastik-Scheiß. Auf Platz zehn. Und verdient natürlich auch. Das K-Ball, finde ich. Also wenn sich der Griff verbiegt, ja, und das Messer einfach so aussieht danach, dann ist da nicht mehr drin als Platz zehn, ja. Obwohl es natürlich irgendwie so ein bisschen fancy aussah. Ich kann es gerne noch was... Ich fand auch bei den anderen Rubriken hat es auch nicht recht abgeschlossen. Ja, aber es war halt trotzdem am Ende ein verbogener Griff. Und ich versuche jetzt mal, das so ein bisschen... Das ist kaum noch... Gut. Zurück zu biegen. Platz zehn. Platz neun. Also hier, ganz ehrlich, wir können hier nicht sagen, hey, oh, voll krass und so. Man kann es noch gebrauchen, ne, keine Frage. Aber es ist halt so... Digga, die Spitze ist abgebrochen. Das nennt sich Kampfmesser. Ja, das ist so Desert Command, klar. Das kannst du nicht bringen. Einfach nur, weil der Fairness halber, egal wie gut es auch abgeschnallt ist, es ist was vom Messer abgebrochen. Es bleibt für mich Platz neun. Ich mache es jetzt einfach. Pass auf, dann nehmen wir einfach das Classic No. 3 und gehen auf Platz Nummer 8. Weil hier fehlt mir halt einmal der Daumenschutz, ne? Du rutschst halt schnell ab und haust dir halt alles rein. Hier vorne schneidest du dir schon rein. Das ist halt echt... Das fand ich bei denen irgendwie nicht wirklich praktisch. Handling war nicht so geil. Ja, Handling ist nicht so geil, aber es ist dafür super flexibel. Genau. Platz Nummer sieben. Sage ich für mich ganz einfach, Essie No. 4. Was? Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, weil aus dem ganz einfachen Grund, mir zu klein. Nein. Es ist halt so ein Mittelding. Ich fand halt an die anderen besser. Das ist halt einfach ein grundlegender Punkt. Ich fand halt jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde das erstmal wegfallen. So, Essie vier. Bei mir auf Platz sieben. Jetzt darfst du wieder. Dann gehe ich jetzt auf das Amorai-Schwert. Platz sechs. Ja. Okay. Finde ich fair. Aber ich hätte es nicht auf sechs gewählt. Du siehst auf sechs. Dann gehen wir auch auf sechs. Also ich hätte das tatsächlich weiter oben gesehen. Weil es hat einfach ein ultra geiles Handling gehabt. Das kann man einfach nicht anders sagen. Weil durch diese lange Klinge und diesen geilen Griff hier war das schon sehr gut. Aber Platz Nummer eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. Sieben. Nein. Elf, zehn, neun, acht, sieben. Sechs. Okay. Samu-Reichwert auf Platz sechs. Tanto, Nummer zwei. Gut, jetzt bin ich wieder dran, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, wir hatten ja hier beim Zerstörer, ne? Hatten wir ja dieses Ding, dass hier an der Klinge was abgeplatzt ist. Ja, ja. Und auch hier vorne, wenn du dir das mal anguckst, das sollte meines Erachtens nicht passieren. Da hatte ich auch nochmal mit dem Verspielte gesprochen. Deshalb ist das für mich nicht unter den Top drei. Das war bei so den brachialen Sachen, wie jetzt hier zum Beispiel die Tau durchhauen. Ja, die Bretter, die Bretter, war schon echt krass. Das war schon echt krass. Aber, ja gut. Wobei ich auch von den beiden Schmiedwürden bessere, also dem und dem Breacher fand ich den Breacher noch geiler. Ja, 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 was ich hier geil fand, war der Griff, dass du halt hier so einen übel geilen Halter hast und übel reinhauen kannst. Also das ist schon echt krass, aber das ist halt halt ultra schwer. Ja, aber, gut, du sagst. Du wolltest das jetzt den nächsten machen. Ich wollte den nächsten machen. Ich weiß, was das Problem ist, ich überlege hier zwischen, zwischen den beiden überlege ich. Ich hätte das auch ein Mora? Das ist ein Mora Bushcraft, ja. Das ist Bushcraft. Das ist halt, das ist halt echt ein so ein geiles Allrounder-Ding. Das kriegst du auch nicht gefrittet. Das ist halt einfach einfach geil. Das ist schon... Ja, bloß ein bisschen glänzend betont, finde ich. Ja, genau. Deshalb Platz Nummer 6, richtig? Fünf wäre das jetzt. Fünf? Platz Nummer 5? Platz Nummer 5. Dann gehe ich hier auf Platz Nummer 4. Bin ich ehrlich? Du darfst gerne jetzt, Final, Platz Nummer 3. Nein, nicht 3. Das ist Abo. Ja. Geiles Messer ohne Scheiß. Also, Swerve Nelly hat da echt ein geiles Ding am Start. Also, ey, gutes Handling, gutes Gewicht. Da ist er auch gut reingegangen vom Gewicht in der Form von Brecht testen, so was. Da ist nichts passiert. Richtig. Also, das kriegst du auch nicht kaputt. Das ist wirklich... Ja, solides. Sehr solide, ja. Okay. Ja, dann hat sich für mich quasi ja eigentlich schon alles... Also, das war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ne? Also, das muss ich ganz ehrlich zugestehen. Das ist so fast identische Klingenlänge vom Gewicht her. Aber ich muss am Ende mich entscheiden. Und hier gewinnt ganz klar für mich das SC6. Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1. SC Nummer 6. Ey, sorry. Aber das hat für mich in allen Kategorien einfach am geilsten abgeschnitten. Boah, ich weiß nicht. Das war auch das Messer, was ich am liebsten hätte von allen, denen hier liegen. Das kriegst du nicht. Das ist das Einzige, was nicht verlost wird. Ja, weil ich es halt... Das ist mein Gewinner. Und das soll halt in meinem Besitz bleiben. Alter, das finde ich halt auch ultra geil, was Handling angeht. Das ist halt nicht so schwer. Wenn man die beiden mal in die Hand nimmt, merkst du, wie schwer dieses Teil hier ist. Wie der Preacher reingeht. Und das ist genau so ein Zwischenling damit. Das hat einen geilen Halt. Du hast eine sehr, sehr breite Klinge. Du kannst damit betonen, hacken. Aber auch, und das ist halt geil, du hast halt auch eine sehr, sehr schmale Klinge. Wenn du den mal anguckst, ist der Unterschied. Damit kannst du halt auch filigrane Sachen machen. Ich gehe so auf, was ist mit Fisch ausnehmen? Ja, da würde ich schon reingenommen. Genau das wollte ich haben. Bestes Messer. Ja, 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 ja. Da sind wir uns ja wenigstens einig. Ist doch schon mal schön. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.